Ja Momo Leute, euer Seru hier und herzlich willkommen zurück zu, oh bist du süß, äh, ja, nimm mich auch, äh, voll out wir im Überlebensmodus. Ach, jetzt drehst du dich wieder um, ja? Wenn ich mich doch gewöhne, dass ich den Arsch kriege, an deinem Arsch kriege oder was? Und du bist mir einer. Mit dir will ich gar nicht reden, du hast nicht mal einen Kopf. Schäm dich. Ich klau dir erstmal deinen Kanne, kannst du nichts mehr trinken. Wobei, ohne Kopf kann sie sowieso nichts trinken, ne? So, heute werden wir, äh, ein paar kleine Quests machen. Vor allem werden wir eins machen und zwar mit der lieben, ich wollte schon Tiffany sagen. Aber ich meine natürlich Piper, mit der werden wir ein bisschen reden. Ne, Piper. Ich weiß, ich hab dich die ganze Zeit vergessen, aber jetzt. Jetzt wird's Zeit. Hast du der Travis in letzter Zeit mal im Radio angehört? Der ist richtig gut geworden. Ja, wegen mir. Und jetzt halt doch mal die Fresse. Geht hier um mich und nicht um Trevor. Gut, äh, da sie hier wohnt und wir quasi jetzt Begleiter sind, äh, nehm ich einfach mal alles mit. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Bist du sicher, dass du weiter mit mir reisen willst? Tja, entweder das oder weiter an der Zeitung schreiben. Ich glaube, die Zeitung kann warten. Äh, weißt du... Egal. Du weißt ja, wo du mich findest. Gespräch mit Piper. Hab ich getan. Dann halt nicht. Hinter der Wand. Ich finde das halt im Mittel. Ja, das können wir irgendwann mal machen. Wir sollten zuerst mal... Äh... Da, befreit die Bibliothek. Und zwei Mutanten. Bring das überfällige Buch zurück. Das machen wir jetzt. Fertig aus. Scheiß auf Piper. Wenn die nicht will, dann will sie nicht. Hab ich auch keine Probleme damit. So, aber das hier... Äh... Kommt weg. Vielleicht werden wir irgendwann mal mit dir reden. So, als allererstes müssen wir... So viele Sachen in der Mitte, ne? Beide sind hier, ja? Am achten Revier. Haben wir das schon gefunden? Hab ich noch nicht. Dann gehen wir doch zur... Ja... Hier. Zum Apparel. Gehen wir da hin. Befreie deinen Geist. Zum Glück waren wir da auch schon drin. Es ist eigentlich voll verrückt, wie ich die Quests machen. Über alles, alles total durcheinander. Aber... Das Gute ist, früher oder später müssen wir die Hauptquests machen. Früher oder später müssen wir die Hauptquests machen. Was mich derzeit ein bisschen so zum Nachdenken bringt, ist, äh... Dass es wenig Städte gibt derzeit. Also klar, meine eigenen Städte. Davon gibt es ganz viele. Aber ich will richtige Städte haben. Von richtigen Leuten. Gut, ich bin kein richtiger Mensch. Ich hab's verstanden. Zero beleidigt sich selber. Gut, ähm... Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir hier niemanden auf den Schlips treten. Dann ist eigentlich alles gut, ne? Wir waren doch hier schon mal. Wieso sind wir hier weggegangen? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Nehmen wir doch alles gerne mit. Oh, hier ist eine Hütte. Ich vermute, jetzt weiß ich, was passiert ist. Kirchengemeinde, heilige Mission. Das ist passiert und irgendwo sind wir auf der Quest gestoßen oder irgendwas ist passiert und wir sind dann hier weggegangen. Waren wir hier nicht schon mal drin? Oh, bitte sieh mich nicht in den kritischen Landen. Immer noch Vorsicht. Achso, er ist rausgelaufen. Wer wollte ich nicht? Dankeschön. Ein Raketenwerfer. Verursacht 10 Punkte Kryoschaden und friert. Ziele beim kritischen Treffer. Ja. Dass wir den 10 Punkte Kryoschaden ist, glaube ich, beim Raketenwerfer nicht so wirklich sinnvoll. Dann braucht man schon eine Waffe, die wirklich, ja, schnell schießt. Sagen wir es so. Na, wenigstens hat er ja die passende Rakete dabei. Natürlich, der Pastor hat hier eine Knarre unten drin. Warum auch nicht? Hat ja jeder. Gut, wir wissen aber, dass hier eine Tür ist. Hat sich schon gelohnt, hier reinzugehen. Freunde, wenn ich mich irgendwo reinbegebe, dann lohnt es sich immer. Auch wenn ich sehr, sehr abschweifend spiele, ich weiß, ich weiß. Aber so ist das Leben. Und ich glaube, es ist auch besser, wenn ich viel Erfahrung und viele legendäre Waffen sammle. Denn, wenn ich ehrlich bin, ich habe Angst vor Später. Da kann sehr viel schief gehen. Wenn wir zu schwach sind. Wir müssen eigentlich mal wieder handeln, ne? Mal gucken, was die Händler so dabei haben und so. Warum schon wieder ein legendärer? Tja, hier oben könnt ihr mir nichts, wa? Ihr wollt abhauen? Na ja, du vielleicht nicht. Schlag bitte nicht das Auto. Dankeschön. Ein Jagdgewehr. Du wüchst 10 Punkte Energieschaden hinzu und kein Gegner schmelzen. Ja. Die Beute wird mal wieder größer. Freut mich. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal hier unten rein. Stadtbibliothek Boston. Hallo, Supermutant. Ich glaube, ich drücke mich lieber. Das hier ist also der einfache Weg, nehme ich jetzt mal an. Weil man sich hier nämlich reinschleichen muss. Ich hoffe es. Ansonsten bin ich gleich im Singlet von Supermutanten. Ach, komm schon. Wahrscheinlich mittig genau, ne? Ja, war ja klar. Ist es immer mittig, wenn ich viel schlage. Gut, jetzt haben wir ein Jagdgewehr und was war das andere? Weiß es gar nicht mehr. Hoppla, das wollte ich nicht machen. Achtung. Sicherheitsverstoß am U-Bahn-Eingang. Besucher und Personal sollten in Deckung gehen und sich ruhig verhalten. Weiß nicht, war der nett? Dann sollen, dass er nett war. Doch, wissen die nicht, wo ich bin? Die schießen einfach nur wahllos irgendwo hin. Okay. Lassen wir die erstmal fighten. Wir gehen mal hier rauf. Überfällige Bücher zurückgeben. Ja. Marken ausgeben. Was haben wir denn hier? Jungles der Mondaffe. Davon haben wir schon ein Dutzend. Chirurgenblatt. Sammler Baseball. Schon wieder Jungles der Mondaffe. Haben wir es dir? Wir nehmen mal einen Sammler Baseball mit, ne? Nicht genug Marken. Deine Mutter hat nicht genug Marken. Mann. Noch wissen die nicht, wo ich bin. Wie wirst du, wenn du mal Schaden machst? Sicherheitsverstoß am U-Bahn-Eingang. Besucher und... Oh, Mann. Ich würde sagen, wir lassen die Roboter mal am Leben. Wo kamen die Supermutanten her? Der ist jetzt böse oder nett? Mal böse, ne? Wo kamen die Supermutanten jetzt her? Und einer von den Supermutanten ist legendär. Du bist sogar nett. Du nicht. Okay. Insofern ich die Türme die angreife, ist alles gut. Hä? Die kamen durch die Tür. Natürlich. Die müssen durch die Tür gekommen sein. Achtung. Sicherheitsverstoß am U-Bahn-Eingang. Besucher und Personal sollten in Deckung gehen und sich ruhig verhalten. Das werden guter Kamm. Ich vergrich mich mal hier in die Ecke, bis ich fertig habe im Kopf, ne? Der Wächter ist nett. Ich darf das Geschiss nicht abschließen. Ich gehe dir das Hirn zermaschen. Ich gehe der intensierter Eindringling-Eintegg. Beginne zu ver. Die Erfahrung ist mir nichts wert, du. Ich kann mich mal hochschneiden. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier nicht wirklich sicher bin. Oh, ist ja, das Patron. Oh Gott, ich bin mich so unsicher hier. Sie können sich nun wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Dankeschön. Ah, alle Superwutanten sind tot. Raketenwerfer. Wo ist das 50% mehr Schaden gegen Tiere? Ja, 50%. Es sind immerhin 225. Ist jetzt nicht so episch. Ich meine, wenn ich auf schwere Waffen gegangen, hätte ich das Ding definitiv mitgenommen. Aber bin ich nicht. Ich schätze mal, wir müssen erst mal das Buch finden. Mir mag das nicht schmecken, dass die Geschütze gegen mich sind. Wir müssen uns irgendwie an den Geschützen vorbeischmuggeln. Ich höre eins Punkt, Tanten. Ihr wisst, auf jeden Fall. Was ist das? Nicht. Wo willst du wissen, wo ich bin? Hierher, Mensch, Mensch, Mensch. Haben Leckerli für dich. Ach, genau dazwischen. Richtig da draußen riechen können. Kleiner Schleichrater. Der Bösartigste von denen ist schon mal weg. Ich war doch noch einer. Sicherheitsverstoß ausgeschaltet. Versucher sind wieder zugelassen. Ja. Das Personal, ich hab bitte zurück an die Arbeitsplätze. Sehr schön. Easy going, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Dir geht's auch nicht so gut, ne? Durch allen geht's nicht so gut. Ich hab einer von euch hat eine Bombe gesprengt. Kann das sein? Ja, gut. Ach, das ist der... U-Bahn-Station? Weißt du, U-Bahn-Station? Tatsächlich. Dann gehen wir da gleich rein, sobald wir das Buch abgegeben haben. Das ist ja lustig. Da werden wir uns gleich mal ein bisschen rumsehen. Das kann ich euch sagen. Das kann ich nicht sagen. Das freut mich doch. Ergo darf ich ja jetzt durch die, äh... Maschinen durchgehen, ne? Soweit ich weiß. Durch die Geschütze. Ah, ich befürchte nicht. So, aber wir können die Geschütze abstellen. Das wird alles ein bisschen einfacher machen. So, noch einen Eintrag entfernt. Ich glaub, hier können wir noch einen, ne? Easy. Komm, da können wir schon durchziehen. Durchziehen! Ah, gut, jetzt wurde entfernt. Deaktivieren, bitte. Aha, ich hab die falschen deaktiviert, ne? Ne, Turmsteuerung. Okay, die machen wirklich nichts mehr. Gut. Auch wenn ich die gerne tatsächlich treffen würde. Aber wenn ich versteckt bin, ne? Okay. Warum wollen die wissen, was Freund und Feind ist? Das ist ein verdammter Roboter. Die können auch nicht wissen, was Freund und Feind ist. Ganz ehrlich. Und ich muss mich mal anders hinsetzen. So, ich hab nämlich in letzter Zeit Rückenschmerzen bekommen durch, äh, meine... ...Lizplay-Haltung. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen aufrecht sitzen. Äh, so. Beginne Dreck-Liz-Anwendung. Das ist ein tödlicher Gewalt. Du bist doch nett. Ich schütze und diene. Wieso sind die jetzt plötzlich gegen mich? Dann kann ich sie doch zerstören. Dann kann ich sie doch zerstören. Das ist ja crazy. Guck dir was an. Die sind doch freundlich. Ich schütze und diene. Hä? Was ging denn grad mit euch ab? Oh, oh, was? Wie? Sind die irgendwie so ein bisschen gestört oder so? Ich glaub, die haben ein bisschen was gegen meinen Hund. Ich schütze und diene sie sich zu erkennendes rechtschaffenden Bürgern. Natürlich euch alle halt. Meine Güte. Äh, gut. Erfahrung. Erfahrung for free. Eine langsame Verfolgung. Aber es ist eine Verfolgung. Achtung, der Flüchtling sollte als bewaffnet und gefährlich betrachtet werden. Schön Nachtsicht, Visier. Ja, dann kann man leben. Das erspart mir sehr viel Ärger. Huch, da wollen wir uns weiter. Ich eliminiere dich gleich mal. So, fehlt nur einer, ne? Ha. Ich helfe ab. Wer sagt's denn? Gut, hat sich gelohnt. Ich geb's dir zu. Von wegen, wir steigen langsam auf. Es ist verflucht schnell. So. Ähm. Level 39 brauchen wir dafür. Äh, ich würd gern Schleichen machen, ne? Ja, aber... Wir müssen Wissenschaft machen. Wir brauchen bessere Waffen. Versuchen, sie werden identifiziert und bestrafen werden. Wo bist du noch kleiner? Oh, ist auf der anderen Seite. Ach, die Jungs. Setzt es super nach Flüchtling von... Ich bin hier erst mal umsonst hergekommen, weil ich das Buch noch nicht gefunden habe. Ich dachte, das Buch ist auch hier. Äh. Äh. Ne, ja, Level Up. Level Up, Freunde. Nichts war umsonst durch das Level Up. Erstmal haben wir einen Raketenwerfer bekommen, den wir nie einsetzen werden. Das ist auch nicht schlecht. Ich mein, zwei Raketenwerfer hintereinander. Ich mein, das ist doch was Gutes, oder? So, Mist. Ich brauch mehr legendäre Gegner, ganz ehrlich. Viel mehr legendäre Gegner. Ich brauch ne Horde legendäre Gegner, die ich platt machen kann. Und dann kann ich mir so einzeln die Waffen raussuchen. Wobei, dann hätte ich keinen Spaß mehr, die Waffen zu finden. Buch? Ja, wo soll jetzt das Buch sein? Da hinten. Und wo ist da hinten? Ich wette, mit euch, das Institut ist hier. Obwohl, Messe Schuhsitz. Messe Schuhsitz, Freunde. Ich hab's gelernt. Äh. Das war nicht auf der Insel, ne? Soll jetzt die Quest sein? Bitte. Ach, da. Dann reisen wir erstmal da hin. Wenn wir wiederkommen, sind die Gegner immer noch tot. Von daher. Haben wir auch keine Zeit verschwindet. Wieso bin ich überladen? Hey. Ne, warte. Wir verkaufen gleich mal das Zeug. So, 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 so. Die Raketenwäffer brauchen wir beide nicht. Ich hab hier für jede Situation die passende Waffe. Ja. Selbstschutz. Kommt euch wieder, ja? Ich leise ihn mir nur kurz aus. Ich könnte hier hinten, könnte ich nicht gesehen werden. Scheiße, jetzt backt das Ding hier fest, oder was? Wenn du dich nun klar bist, dann lass dich rein. Es ist schon... Es ist stecken geblieben. Was soll ich denn machen? Mann. Okay, verkaufen wir erstmal die Sachen. Dass wir auf jeden Fall ein bisschen leichter sind. Dann schleppen wir den Fatman auf jeden Fall weg. Wir werden definitiv noch einen legendären Fatman finden. Und daher mache ich mir da keine Sorgen. Am besten wäre doch schon so ein Fatman, der... Aber es wäre dann so ein guter Fatman. 25% mehr Schaden wäre nicht schlecht. Verkrüppelungsbonus brauchen wir nicht. Genau, Schaden, wenn das Ziel... Äh... Volles Leben hat. Das wäre auch nicht schlecht. Doppelte Schaden. Das wird zecken, voll. Das wird richtig zecken. So, einen müssen wir finden. Und, äh, solange ein Laderscreen ist, tausche ich mal die Batterie mit meiner Maus. Sonst kann ich die Folge gleich nicht binden. Was für euch nicht so höchst tragisch wäre. Aber, ich müsste den ganzen Kram dann schneiden. So. Habe ich mir irgendwelche Drogen reingezogen? Oder warum kann ich jetzt nichts mehr schleppen? Ich weiß es nicht. Erst besenken wir die Waffe. Ich habe hier für jede Situation die passende Waffe. Ja. Äh, was steht zu verkaufen? Was hast du? Aha. Dann lass mal sehen, was du so hast. Jede Waffe wird. Okay. Äh, will ich nicht kaufen? Ich möchte verkaufen. Und zwar... Den... Raketenwerfer. Dreifache Laufraketenwerfer. Na ja, tschüss. Und tschüss. 1.300. Alter, da können wir ja richtig einkaufen. 2.40er Patronen. Das war's schon. Äh, ja. Fusionskerne, Fusionszellen. 15% des Nachkampfs. Ach so, das haben wir hier verkauft wahrscheinlich, ne? Das haben wir hier wahrscheinlich verkauft. Hast du irgendwelche hübschen Waffen für mich? Die Party Starter. Wo ist das 50% mehr Schaden gegen Menschen? Ja, nö, da hab ich echt bessere gefunden. Da! Kettenklinge! Aha. Das heißt, das ist doch nicht der Griff, das ist die Säge. Oh, okay. Geschwindigkeit S schnell. Was weiß ich, was S schnell ist. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten hast du nix, ne? Naja, wir haben Munition gekauft. Nehmen wir das mal mit, ja. So. Und, da haben wir ja noch eine Miniatom-Bombe gehabt. Den nehmen wir auch noch mit. Jede Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied zwischen lieben. Nö, ich auch. Hey, Cleo. Ich hoffe, du kaufst was. Selbst... Aha. Klar, ich schau mal, was du hast. Möchtest du einen Fett mehr kaufen? Den hab ich dir definitiv nicht geklaut. Dankeschön. Okay. Und, wo ist das Buch ab? Du bist zurück. Wie lief's in der Bibliothek? Hast du die Supermutanten abgeschüttelt? Äh... Ich hab mich durch die Bibliothek gekämpft. Oh, und dein Buch hab ich auch abgegeben. Nur 200 Jahre überfällig. Krieg ich die Mahnung per Post? Ich weiß, das war ein seltsamer Auftrag. Aber danke, dass du die Bibliothek sicherer gemacht hast. Ein paar unserer Gebäude sind uns eben heilig. Hier ist dein Geld. Achso, haben wir doch abgegeben, ja. Okay. Das war definitiv verwirrend. Stetisches Wissen. Und schon haben wir ein Level ab mir her. Fast. So. Äh... Datenaufgaben. Leere den toten Briefkasten. Finde das Heilmittel. Sprich mit Jack Cabot. Sonderlieferung. Oh, Sonderlieferung hört sich doch gut an, oder? Machen wir ne Sonderlieferung. Dafür müssen wir nach Haus des, äh, Cabotts. Tatsächlich ist das vorne? Ist das tatsächlich vorne? Ich wollte es eigentlich mit euch testen, indem ich da, äh, ein Monster spawnen lasse, hab's aber vergessen, aber ich glaube, mit der Besucher, die wir jetzt gerade sehen haben, festgestellt, dass tatsächlich der Viererlauf vorne ist. Was total scheiße aussieht. Aber gut, lassen wir uns nicht darüber, äh, streiken. Wir lassen das einfach jetzt alles so stehen, wie es ist. Und fertig ist. Ich werde die Endstation! Ich weiß nicht mal, wo ich bin, dude. Och, Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! So, habt ihr noch Fragen? Dann kann ich jetzt speichern. Ich kann die Munition noch mitnehmen. Brennstoff, Fusionskern. Ja, danke! Ich nehme das mal als, äh, gratis hin. Ah, jetzt hab ich das Kampfgewehr mitgenommen, ne? Sehr ärgerlich. Gut, das war's. Auch wenn ich hier zwei umgebracht habe und nur einer hier ist, ist mir rumbe. Wir haben Fusionskern. Hat sich gelohnt. Ich muss sozusagen, so langsam werde ich echt unaufhaltbar in diesem Spiel. Aber nur langsam. Wenn man bedenke vor einigen Folgen, wie der Roboter mich umgebracht hat, währenddessen ich ihn einfach, äh, nur abgeschossen habe. Und der sich nicht gewehrt hat. Bist der Handy? Sei bitte nett. Danke. Gute Tag. Bitte beachten Sie, dass Sie beobachtet werden. Verschwinde. Ähm, was ist das für ein Ort? Das ist das Haus der Kerberts, so wie es auf dem Schild steht. Und wenn du nicht weißt, was das heißt, bist du am falschen Ort. Du solltest verschwinden, bevor du in Schwierigkeiten gerätst. Lass mich rein. Edward Deegan hat mich hergebeten. Ah, du bist's. Gut. Komm rein. Nice. So einfach geht das. Freunde, ich verabschiede mich von euch beiden. Holy shit, der hat aber ne Bewachung. Hohohohohoho. Da will ich nicht dazwischen liegen. Jetzt lernst du den Boss kennen. Was ist das für ein Ort? Das solltet ihr lieber Jack beantworten. Komm mit. Okay. Kann ich hier irgendwas bei euch klauen? Jack, der Neue ist hier. Moment, Moment. Ich muss nur noch... Was? Komm gleich. Verdammt. Ich muss die Mixtur noch anpassen. Hallo, hallo. Willkommen im Hause Cabot. Ich bin Jack Cabot. Hallo, Jack Cabot. Hast du ein schickes Haus, Alter. Noch ein Takt? Was ist das für ein Ort? Das ist das Haus meiner Vorfahren. Die Cabots haben hier schon immer gewohnt. Schon lange vor dem großen Krieg. Wenn du dich fragst, warum wir hier geblieben sind, obwohl Boston in erbärmlichem Zustand ist, nun, diese Geschichte muss warten. Sag mir einfach, was ich tun soll. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Betrachte das als das letzte Vorstellungsgespräch. Bitte setz dich. Wie wär's mit einem Drink? Edward, den guten Bourbon, ja? Bitte. Setz dich. Zeta-Pistole? Ja, die hab ich auch. Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, hab ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt für... Unterbrich mich nicht, Edward. Die Frage lautet, glaubst du, dass es im Universum andere intelligente Lebensformen gibt? Ich hab welche gesehen. Das Universum ist groß. Da draußen kann es alles geben. Wunderbar. Die meisten Leute sind zu engstirnig, um an ein unendliches Universum zu glauben. Aber ich rede nicht von fliegenden Untertassen und kleinen grünen Männchen. Ich meine die verborgene Geschichte unseres Planeten. Die Ursprünge der Menschheit. Uralte Kräfte, die die moderne Wissenschaft selbst auf ihrem Höhepunkt kaum begreift. Hm. Du denkst, Außerirdische haben die menschliche Zivilisation erschaffen? Ja, wenn du mit außerirdisch nichtmenschlichen Vorfahren der allgemein bekannten Hochkulturen der Sumerer, Ägypter und Assyrer meinst. Mein Vater hat eine Stadt in der Rub al-Kali in Arabien entdeckt, die auf 4000 Jahre vor dem Entstehen der menschlichen Zivilisation zurückdatiert. Die Bauwerke und Artefakte waren seltsam, sogar verstörend. Eindeutig nicht von und für Menschen gebaut. Ich hab mein Leben lang versucht zu entziffern, was er entdeckt hat. Jack, kann ich ihm sagen, was er zu tun hat? Entschuldige, Edward. Manchmal vergesse ich mich. Schickst du ihn los, damit er nach der verlorenen Lieferung sucht? Ja. Gut, dann lass ich euch jetzt in Ruhe. Wir reden ein andermal weiter, wenn es etwas ruhiger ist. Das ist jetzt nicht wichtig. Willkommen in der Familie. Okay. Du bist offiziell angeheuert. Glückwunsch. Was sollte das alles? Zerbricht dir darüber jetzt nicht den Kopf. Das gehört übrigens zum Job. Bleib am besten aufgeschlossen für alles. Jack mag zwar exzentrisch sein, aber er ist nicht verrückt. Meine Aufgabe für dich ist einfach. Jack besitzt eine Anlage, nördlich von der Stadt. Uns ist ein wichtiges Paket zwischen dort und hier verloren gegangen. Ich möchte, dass du es findest und zu mir zurückbringst. Noch Fragen? Ich hoffe, du hast noch mehr zu bieten als das. Keine Sorge. Ich erwarte nichts Unmögliches von dir. Nicht am ersten Tag. Fang bei der Parson State Irrenanstalt an. Lass dich vom Namen nicht irreführen. Das ist nur ein sicheres Gebäude, das wir nutzen. Wir denken, dass der Kurier in einen Hinterhalt geraten ist, als er von dort aufbrach. Die Wache hat in der Ferne Schüsse gehört, weiß aber sonst nichts. Sprich mit Maria bei Parsons. Sie ist dort für die Sicherheit zuständig. Sie kann dir die richtige Richtung zeigen. Bist du ansonsten bereit? Der Kurier. Ich war bereit, als ich hergekommen bin. Gut. Dann mach dich sofort auf den Weg. Okay. Vorher schauen wir uns hier um und gucken, was wir klauen können. Wie wär's mit diesem hübschen Teil hier? Äh, nee, nicht du. Ausgezeichnet. Okay, jetzt hab ich sie geklaut. Deshalb wollte ich... Okay, da ist verschlossen, ja? Ich hab den Schlüssel nicht. Das ist verrückt. Was soll ich hier wirklich? Ich speichere mal ab vorher. Schauen wir doch mal hier rein, ne? Was für ein verrücktes Haus. Alles... ...ist immer noch so wie früher. Kein Stück kaputt. Der Typ ist ein bisschen crazy drauf. Aber ich würd hier gerne wohnen. Was soll ich sagen? So. Das war's, ne? Wir haben auf jeden Fall nur drei Wörter. Bin drin. 10.02.1968. Müssen wir früh anfangen? Nein. Ich glaube, dass ich dieses Terminal endlich korrekt eingerichtet habe. Mal sehen, ob ich das hier speichern kann. Ja. Das wird meine Produktivität definitiv enorm steigern. Egal wie sehr Mutter über neumodische Apparate schimpft. Ich bemerke gerade, dass ich mich beim Einrichten bei meinem Namen vertippt habe. Muss mal im Handbuch nachlesen, wie man das ändert. Wäre nervig, das jedes Mal zu sehen. Wenn ich mich anmelde. Jack kaputt. Mit Null geschrieben. Moment. Wo ist meine Tastatur? Tatsächlich. Man kann sich verschreiben, wenn man auf das O drückt und aus Versehen erst die Null drückt. Das ist ja crazy. Warte. Äh. Zwei Tage später. Besuche noch immer herauszufinden, wie dieser neue Computer funktioniert. Habe gestern Abend eine Stunde lang im Handbuch gesucht. Aber weiß immer noch nicht, wie ich meinen Namen im Anmeldebildschirm ändern kann. Naja. Das kann warten. Irgendwann komme ich bestimmt drauf. Früher oder später muss ich mir die Zeit nehmen und meine alten Aufzeichnungen dieses System übertragen. Damit ich einfacher darauf zugreifen kann. Fürs erste fasse ich meine bisherigen Fortschritte bei der Forschung von Vaters Zustand zusammen. Damit ich über eine Ausgangsreferenz verfüge. Erstens. Bisher waren alle Versuche erfolglos, das Artefakt direkt zu entfernen. Jedes Mal sank... Was? Achso, ich habe B gedrückt und starr. Okay. Nein. Jedes Mal sank Vaters Blutdruck gefährlich ab. Und die messbaren Gehirnströme gingen gegen Null. Identische Ergebnisse traten auch bei Allgemeinanästhesie, Vaterbewusstlos, Teilanästhesie, Vaterbewusstsein, verschiedenen Neuroleptika, Memo, genaue Liste und Dosierungen aus Aufzeichnung übertragen, verschiedene Dosierungen von LSD, Memo, Dosierungen aus Aufzeichnung übertragen. Zweitens. Dies legt nahe, dass das Artefakt irgendwie deaktiviert werden muss, bevor es aus Vaters... Bevor es aus Vater entfernt werden kann? Artefakt? Vater? Was? In seinem Vater ist ein Artefakt? Okay. Frage. Ist die psychotische Komponente dauerhaft? Wird sie also das Entfernen des Artefakts überdauern? Oder wird sie aktiv und direkt vom Artefakt verursacht? Um was zum Teufel geht's da? Es ist ja total krank. Drittens. Ich bin fast seit Beginn sehr vorsichtig, was die direkte physische Interaktion mit dem Artefakt angeht. Meine ersten Versuche, es zu erforschen oder zu manipulieren, führten bei Vater zu ähnlichen körperlichen Symptomen wie meine Versuche, es zu entfernen. Ich werde davon absehen, bis ich deutlich mehr über die Funktionsweise des Artefakts verstehe. Viertens. Aktives Scannen des Artefakts selbst hat sich als nutzlos erwiesen. Ich betrachte es aktuell als Sackgasse. Bisher auf keinem der Bilder etwas zu sehen. Logischerweise kann ich Vater nur einen begrenzten Strahlendosis aussetzen. Sintigraphie. Auch hier bleibt das Innenleben des Artefakts auf allen Wellenlägen verborgen. Fünftens. Passives Scannen war bisher vielversprechender. Ich habe vor, mich auf dieses Gebiet zu konzentrieren. Das Artefakt sondert Strahlung im gesamten elektromagnetischen Spektrum ab. In unterschiedlichen Stärken und mit unterschiedlichen Wellenlängen. Ich habe in Vaters Zelle bereits grundlegende telemetrische Anlagen eingerichtet und sammle seit zwei Jahren Daten. Bisher ist es nicht mehr als eine Andeutung künftiger Forschungswege. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit der Zeit und mit modernen Sensoren tatsächlich brauchbares Wissen darüber erlangen könnte, wie das Artefakt Vater kontrolliert. Irgendwas ist in seinem Vater drin und er möchte es auf jeden Fall beseitigen oder untersuchen? Hört sich alles noch recht merkwürdig an. Die körperlichen Symptome und Veränderungen, die das Artefakt bei Vater hervorgerufen hat, gestalten sich wie folgt. Extreme Paranoia und psychische Tendenzen. Psychotische Tendenzen. Das war von Anfang an offensichtlich. Da bisher keine Droge bei der Milderung dieser Symptome erfolgt zeigte, weist alles darauf hin, dass diese direkt vom Artefakt verursacht werden. Keine Alterung. Keine Alterung? Bisher unidentifizierte Veränderungen an der Zusammensetzung seines Blutes behindern seit dem ersten Kontakt mit dem Artefakt jede Alterung. Es ist sogar möglich, dass es in besserer körperlicher Verfassung ist als zuvor. Es ist wahrscheinlich, dass das Artefakt einen Wirtsorganismus aktiv überwacht und auftretende Probleme korrigiert. Telekinese. Die überraschendste Fähigkeit. Ich gehe vorsichtig davon aus, dass es sich hierbei nicht um tatsächliche Telekinese handelte, sondern um etwas, was direkt von Mechanismen innerhalb des Artefakts hervorgerufen wird. Möglicherweise durch eine Manipulation der Schwerkraftwellen, die jenseits der Möglichkeit unserer aktuellen Technologie liegt. Erhöhte Körperkraft. Möglicherweise eine Nebenwirkung der Überwachung und Verbesserung des Wirts durch das Artefakt. Dies führte anfangs zu einigen Problemen, dabei Vater unter Kontrolle zu halten. Aber, bevor ich mir seine Fähigkeiten voll bewusst war, aber jetzt ist es nur noch etwas, worauf ich achten muss. 7. Die Zusammensetzung von Vaters Blut weist verschiedene Abweichungen von der menschlichen Norm sowie Spuren derzeit unidentifizierter Substanzen auf. Ich habe bewiesen, dass zumindest einige der oben beschriebenen Symptome durch Bluttransfusion auf eine andere Person übertragen werden können. Bisher konnte ich durch Ausprobieren ein Serum herstellen, das über einige der positiven Eigenschaften und wenige Nebenwirkungen verfügt. Aber ich weiß nur sehr wenig darüber, wie das Serum tatsächlich wirkt. Ich werde weiterhin daran arbeiten, soweit es mir die Zeit erlaubt. Aber es wird mir wohl nicht wirklich dabei helfen, Vater von dem Artefakt zu befreien. 8. Röntgenbilder von Vaters Gehirn zeigen keine Spuren körperlichen Eindringens des Artefakts. Sein Schädel ist intakt und es gibt keine Anzeichen darauf, dass es sein Fleisch irgendwie durchbrungen hat. Aktuell gehe ich davon aus, dass die Veränderungen seines Blutes usw. direkt vom Artefakt hervorgerufen werden. Es weist Vaters Zellen an, diese Substanzen zu erzeugen. 9. Meine erfolgreichste Intervention bisher war die Entwicklung des Abre-Malin-Felds, genaue Spezifikationen in den Akten von Parsons. Die erste grobe Implementierung 1898 war einfach nur ein Volksspektrum der Dämpfungsfeld, das auf die Frequenz eingestellt war, die das Artefakt erzeugt. Es hat zwar die Funktion des Artefakts eingeschränkt, aber deutlich auf Kosten von Vaters Gesundheit. Damals hatte ich keine Wahl, anders hätte ich ihn nicht unter Kontrolle halten können. Aber in den letzten Jahrzehnten war es eine Priorität, das Feld zu verbessern. Mir ist es gelungen, die negativen körperlichen Auswirkungen auf Vata zu reduzieren und gleichzeitig die telekinetischen Kräfte des Artefakts direkt zu blockieren. Bisher waren meine Versuche, die Interfrequenz des Feldes auf andere Aspekte des Artefakts zu erweitern, allesamt erfolglos. Sie führten zu ähnlichen körperlichen Symptomen wie die Versuche, das Artefakt physisch zu entfernen, aber das Feld ist weiterhin der Forschungsansatz, der am meisten Erfolg verspricht. Wenn ich herausfinde, wie ich diese Kommunikation unterbinden kann, habe ich wohl den Schlüssel, sie zu entfernen oder zumindest einige der anderen gefährlichen Symptome zu mildern, etwa seine Psychose. Alter... Dreh mal durch, Digga, dreh mal durch. Oh... Weiter geht's. Okay. Das, liebe meine Freunde, ist ungefähr... 37 Jahre her. Ne, 27 Jahre her. 27 Jahre und... Bruchteil. 27,5. Butter und Emogene sind mal wieder nach Europa aufgebrochen, während ich mich um den aktuellen Generationenwandel kümmere. Generationenwandel? In unserer modernen Zeit wird alles immer schwieriger. Zum Glück regiert Geld immer noch die Welt. Ich muss jemanden zuverlässigen finden, der sich um Porsons kümmert, während ich weg bin. Vielleicht kann man Anderson ja vertrauen. Okay. Ein Jahr später? Oder ein halbes Jahr später, besser gesagt. Schön, wieder da zu sein. John Kabot, der lange verschollene Vetter des Kabotts, ist zurückgekehrt, um sein Erbe nach dem tragischen Unfall anzutreten, bei dem Jack und seine Familie ums Leben kamen. Wie immer muss ich darauf achten, zu antworten, wenn mich die Leute mit John ansprechen. Und an diesen Bart muss ich mich auch erst noch gewöhnen. Aber das ist eben die Bürde der Unsterblichkeit. Anderson hat sich als loyal erwiesen und neigt nicht dazu, seine Nase in Dinge zu stecken. Eine weitere überwundene Hürde. Ich muss versuchen, so viel wie möglich zu erledigen, solange Mutter fort ist. In diesen Übergangszeiten bin ich immer deutlich produktiver. Das heißt, der Junge ist unsterblich. Oder? Was? Krasse Type. Krasse Type. Warte, wann war das? Okay. 27 Jahre später. 27,5 Jahre. Ich experimentiere gerade mit einigen der neuen Transistoren herum. Und es könnte möglichst sein, eine tragbare Vision des Generators des Abrimalinfelds herzustellen. Das wäre selbreich, wenn wir einmal gezwungen wären, Lorenzo in eine andere Einrichtung zu verlegen. Natürlich bedeutet das eine Menge Arbeit und ein Test an Lorenzo steht außer Frage. Ich werde es nicht riskieren, das Hauptfeld abzuschalten. Aber wenn wir das aktuelle Feldfrequenzmuster replizieren, sollten wir zumindest etwas haben, was wir im Notfall ausprobieren können, auch wenn ich mir nicht zu 100% sicher sein kann, dass es funktioniert. Sie brauchen das Feld, um den Vater in Schach zu halten. Okay. Okay. 26 Jahre, 36 Jahre später. Ich habe gerade einen neuen Typen angeheuert, der uns bei Familienangelegenheiten helfen wird. Edward Degan wurde mir wärmstens empfohlen. Es fällt mir mittlerweile zu einfach, den Lauf der Zeit zu ignorieren. Aber mir ist vor kurzem aufgefallen, wie alt Daniel langsam wird. Er wird in ein paar Jahren aufhören müssen. Und es ist höchste Zeit, seinen Nachfolger heranzuziehen. Das ist immer ein so nerviger Vorgang, den ich zu gern aufschiebe. Besonders, weil Mutter mit neuen Leuten immer so schwierig sein kann. Wenn Edward sich als zuverlässig erweist, kann ich ihn nach und nach in die Familiengeheimnisse einweihen. Kompliziert, aber nötig. Butter mag ihn offenbar, was ein wichtiger Satz der ersten Schritt ist. Okay. Junge, 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 Junge. Das wird ja echt aufregend hier. 17 Jahre später. Robco waren mal wieder da. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Dieser Fehler auf dem Anmeldebildschirm macht mich noch verrückt. Ich dachte, dass das mit den verbesserten Terminals endlich vorbei sein würde. Dieses Mal habe ich definitiv darauf geachtet, meinen Namen korrekt einzugeben. Aber nein, beim nächsten Hochfahren war der Fehler wieder da. Der Jack-K-Bot. Jetzt haben sie das System vollständig gelöscht und es von ihren Master-Holobändern neu installiert. Und kaum zu glauben, aber der Tippfehler war immer noch da. Sie haben mir versprochen, ihre besten Techniker auf das Problem anzusetzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das auch wirklich ernst gemeint haben. Wenn ich in den nächsten Wochen nichts von denen höre, wird es wohl Zeit für ein paar Gespräche. Ein Jahr später. Offenbar ist die politische Lage mittlerweile sehr gefährlich. Ich achte nicht sonderlich auf das Tagesgeschehen. Aber Emogenes, neuster Verehrer, ist ein hohes Tier in irgendeinem Amt. Und erzählt ihr furchterregende Geschichten darüber, wie nah wir alle vor einem großen Atomkrieg stehen. Ich frage mich, ob wir wohl in die Fußstopfen der Alten treten, die das Artefakt erschaffen haben. Wenn ja, wer sind dann wohl unsere Nachfahren in tausende von Jahren? Wird eine Zivilisation von Kakerlaken irgendwann auferstehen und sich über die Artefakte wundern, die wir hinterlassen haben? So, nochmal ein Jahr später. Ja, die Bomben fallen. Es ist tatsächlich passiert. Ich glaube nicht, dass ich wirklich begriffen habe, was das langfristig bedeutet. Im Moment jagt eine Krise die nächste. Wir sind definitiv noch nicht aus dem Schneider. Aber allein, dass ich das hier schreiben kann, bedeutet, dass es uns besser geht als den meisten Leuten. Mir fehlt die Zeit, alles niederzuschreiben, was passiert ist. Zum Glück bleibt Boston ein direkter Treffer erspart. Mein erster Gedanke galt natürlich Parsons. Wir müssen um jeden Preis den Strom am Laufen halten. Wir hatten schon immer Notfallgeneratoren. Mehr als sogar für die Krankenhäuser üblich war. Aber diese waren auf kürze Einsätze ausgelegt. Nicht als permanente Stromzufuhr. Dann war da noch die Frage der Sicherheit. Edward hatte sich als erstaunlich findig erwiesen. Er hatte bereits einen Plan für genau diesen Notfall parat. Dem Himmel sei Dank, dass er die Nachrichten mehr verfolgt hat als ich. Trotzdem kann man nicht wirklich Pläne für das Ende der Zivilisation machen. Er und ich sind jetzt jederzeit fast einen Monat... Was? Er und ich sind jetzt seit fast einen Monat in Parsons und versuchen zu verhindern, dass alles komplett vor die Hunde geht. Edward war mehr draußen unterwegs, als er sollte. Ich fürchte, er hat eine heftige Dose Strahlung abbekommen. Aber uns bleibt keine Wahl. Ich würde für ihn tun, was ich kann. Ich wüsste nicht, wie ich ihn im Moment ersetzen sollte. Emogene hat sich enorm ins Zeug gelegt. Ich wusste gar nicht, was in ihr steckt. Der Mann, der sich um alles kümmern sollte. Er wies sich als unzuverlässig. Offenbar ist er durchgedreht und hat versucht, Emogene und Mutter mit vorgehaltener Waffe hinauszuwerfen. Aber er hatte nicht mit Emo ge... Was ist das für ein scheiß Name? Ich sag einfach Gene. Er hat nicht mit Gene gerechnet. Hätte ich auch nicht. Sie übernahm das Kommando und hat hier trotzdem... Er hat trotz allem irgendwie alles am Laufen gehalten. Mal sehen, was Edward machen kann. Was eine dauerhafte Lösung des Stromproblems oder der Sicherheit des Hauses kaputt anbelangt. Aber im Moment könnte alles deutlich schlechter laufen. Ich nehme an, dass unsere Ressourcen in den kommenden Jahren bis ans Limit strapaziert werden. Aber irgendwie freue ich mich über die Herausforderung. Eins ist sicher. Der Weltuntergang ist nicht langweilig. Das stimmt. So. Drei Jahre nach den Bomben. Jetzt kann ich wohl endlich sagen, dass es bergauf geht. Edward hat eine mehr oder weniger zuverlässige Sicherheitstruppe rekrutiert. Die Persons beschützt. Die Stromversorgung ist nun wieder stabil. Edward versichert mir, dass wir jetzt genug Ersatzteile für mindestens 50 Jahre haben. Das größte Problem ist noch immer diese Reise zwischen hier und Persons. Sieht doch immer nicht danach aus, als würden Recht und Gesetz so bald zurückkehren. Eigentlich genau das Gegenteil. Aber Edward hat sich als geschickt im Umgang mit den verschiedenen Schlägerbanden erwiesen, die immer häufiger auftauchen. Apropos Edward. Seine Strahlenkrankheit hat sich höchst positiv entwickelt. Eine Weile dachte ich, dass er garantiert sterben würde. Aber dann wurde sein Zustand stabil. Jetzt scheint er sogar immun gegen Strahlung zu sein. Offenbar ist das auch bei anderen Überlebenden aufgetreten. Aber Edward hat mir erzählt, dass diesen Leuten mit enormen Vorurteilen begegnet wird. Kaum zu glauben. Da sie doch so hervorragend an das Überleben in dieser neuen Welt angepasst sind. Ein Vorteil des Untergangs der Zivilisation, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Wir müssen jetzt nicht mehr regelmäßig sterben. In näherer Zukunft kann ich einfach wieder Jack Kerbert sein. Keine Nachbarn mehr, die ihre Nase in unsere Angelegenheiten stecken. Das heißt, er will sich als School-Fahrer nennen oder was? Ja, cool. Mal wieder 35 Jahre in die Zukunft. In letzter Zeit tauche ich tiefer in Lorenzos Arbeit ein als je zuvor. Jetzt wünschte ich, ich hätte mich, als es noch möglich war, mehr bemüht, den Standort des sogenannten U-Bar zu finden. Nach meinem ersten Fehlversuch, den Standort zu finden, tat ich die Suche als sowohl hoffnungslos als auch nutzlos ab. Ich wollte meine Energie lieber auf die unmittelbaren Probleme konzentrieren. Aber jetzt, nachdem ich Lorenzos Aufzeichnung genauer studiert habe, bin ich der Ansicht, dass ich darin genug Hinweise auf die allgemeine Position befinden und eine groß angelegte Suchaktion mit Flugzeugen erfolgversprechend gewesen wäre. Dies stand bei meinem ersten Versuch natürlich außer Frage. Vielleicht hätte ich weitere Artefakte finden können, die ich direkter untersuchen könnte. Auch wenn sie völlig anderen Zwecken dienten, wären sie unerlässlich für ein Verständnis der Funktionsweise dieser uralten Technologie. Mir ist außerdem aufgefallen, wie genial Lorenzo eigentlich war. Ich habe seine Theorien viel zu schnell abgetan. Ah, die Überheblichkeit der Jugend. Ich bin jetzt davon überzeugt, dass sein Ursprungsgedanke richtig war. Das Artefakt, das er gefunden hat, wurde von Menschen hergestellt. Alle Indizien waren vorhanden, aber Lorenzo war der Einzige, der tatsächlich den Durchblick hatte. Eine erschütternde Erkenntnis, wenn er es nur geschafft hätte, ein bisschen diplomatischer mit Idioten umzugehen, wären seine Theorien allgemein anerkannt worden. Und er hätte seine letzten Expeditionen nicht im Geheimen durchführen müssen. Ja, gut, Lorenzo ist also unsterblich durch eine Art Fakt und sein Sohn, der Jack Cabot, der ist jetzt auch unsterblich. Das wirst du, ne? Na, Jack Cab 0T? Hey, Jack. Ja? Ähm. Wie hat's dein Vater geschafft, in einer völlig zerstörten Welt nach Arabien zu reisen? Tja, das war noch vor dem Krieg, als er ein junger Mann war. Das ist unmöglich. Der Krieg ist 200 Jahre her. Unmöglich? Heutzutage ist fast nichts mehr unmöglich. Das ist eine ungewöhnliche Situation, aber... Das ist eine Familiensache, die dich nichts angeht. War's das dann? Ich hab nicht deinen Terminal gelesen. Ich muss los. Gut. Gut. Äh, diese Quest interessiert mich sehr, muss ich sagen. Und deswegen machen wir die auch. Voll mag ich das Haus. Und, äh, da ich so viel gelesen habe, müssen wir jetzt leider die Folge beenden. Das war aber auch ein Stuff, Alter. Oh, geh ja gar nicht mehr zu Ende. Aber nette Hütte hat er hier, nette Hütte. Würde ich gerne übernehmen. Wir gucken noch kurz hier rein, ja? Wann haben wir die Möglichkeit, ein Safe von dem Typen zu knacken? Der lebt schon ewig. Er kam. Er kam. Oh, ich dachte, ich hab's geschafft, aber ich hab's aber noch verkackt. Das ist doch nicht mehr so viel. Beim X? Das ist definitiv, wenn der ESX ist. Cool. Na ja, gut. Also für 200 Jahre Sammelwut. War das nicht wirklich viel? Ich hoffe, du wirst das nicht mehr gebrauchen können. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein. Euer Seerot. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.